Ich kann Rassismus nicht verstehen. Das ist für mich völlig fremd. Durch meine Familie und meine familiären Voraussetzungen sind wir immer sehr offen erzogen worden. Das ist für mich unbegreiflich. Ich habe einen sehr großen Gerechtigkeitssinn. Dinge, die ich ungerecht empfinde, stehe ich für ein und möchte gerne Klarheiten haben. Es wäre wünschenswert, dass man versucht, auch junge Generationen schon mehr auf empathische Wege zu bringen oder auf Zwischenmenschlichkeit zu schulen. Ich glaube aber, dass da jeder Einzelne anders ist und eine andere Vorstellung hat von der Gesellschaft, wie man miteinander umgeht, glaube ich, dass es schwer ist, zu lehren. Schön wäre es, wenn es in jedem einzelnen Haushalt versucht wird, nicht egoistisch zu sein. Das kann ja auch schon viel bewegen.